Herzlich Willkommen, ihr Lieben, allerdings leider nicht zu einer weiteren Folge Creativerse. Ja, Creativerse ist leider bereits am Dienstag schon ausgefallen. Einen von euch ist es vielleicht aufgefallen. Die Redger hat nämlich ein kleines Klötzchen-Salat-Problem in ihrem Spiel und deswegen haben wir nach einem kleinen Ersatz gesucht für euch, was leider meinetwegen heute erst hochgeladen werden kann. Und bei mir wahrscheinlich sogar zu spät, weil mein Internet relativ langsam ist. Tut mir leid dafür. Ja, wenn ihr gleich weiter schaut, wisst ihr, was wir gefunden haben. Und wir waren auch diesmal nicht nur zu zweit unterwegs, sondern zwei Jungs aus ihrer Gilde haben uns noch begleitet. Wenn ihr also irgendwo Lasho seht oder Masterfaker, dann sind das die beiden. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns trotzdem demnächst nochmal wieder zu Creativerse. Das hat oben drüber zwei gekreuzte Schaufeln, eine Diamantschaufel und eine Eisenschaufel. Ja, ich stehe auch gerade hier vor. S-P-L-E-G-G. Ja. Ach so, du meinst es Black? Ja. Okay, dann halt es Black. Ach, auf Sprache. Ein Gewehr, das Eier schießt. Ach so, gehen wir da jetzt rein? Oh. Okay. Mir ist das egal. Warte, warte, was sind wir? Wir gucken einfach, was es ist. Was? Ich dachte, wir buddeln. Ja, egal. Wir gehen jetzt da hin und wir gucken jetzt, was es ist. Okay, und wo ist dann hier unten rechts rein? Ein Anag Masterfaker. Also ich springe. Ich seh dich. Ja? Mir ist nur noch ein Lashow, aber ob der Lashow... Wie kann ich eigentlich meinen Skin ändern? Aber ich glaube, der ist gerade eh afkar. Also wie du deinen Skin ändern kannst. Also du hast das Spiel gekauft? Ja. Mittlerweile? Ja. Gut. Es gibt so Seiten, wo du dir Skins angucken kannst zum Beispiel und wo du dich für einen entscheiden kannst und dann musst du halt auf so einen Link meistens klicken, dass dieser Skin deinen Skin überschreibt und dann musst du dich halt bei Mojang einloggen und das irgendwie noch bestätigen, dass es okay ist. Ah, okay. Und auf einem meiner ersten Server habe ich ein Hobbit-Dorf gebaut und deswegen habe ich hier ein Hobbit-Skin. Ich habe nämlich keine Schuhe an. Stimmt, du hast keine Schuhe an? Habe ich Schuhe an? Ich sehe meine Füße nicht. Nein! Oh, 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 oh. Ich dachte gerade, ich wäre rausgeflogen. Was war nochmal, was war, was? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, was wir tun. Was wir nochmal machen? Ich dachte schon gerade, ich wäre rausgeflogen. Es geht los? Oh. Genau, jetzt müsst ihr die Leute hier runterschießen. Was? Mit der Schaufel, das ist, ups, eine Eierpistole. Ah! Nein. Und die zerstört die Blöcke. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Also meine... Ah, achte schon dann. Ah, wir mit links, ich habe die ganze Zeit rechts gedrückt. Nein! Ich habe auch die ganze Zeit falsche Seite. Ja. Oh nein, genau. Also, ich bin ganz erfolgreich gestorben. Also, ich schweb hier immer noch rum. Irgendwie fühle ich mich ein wenig falsch am Platz. Das ist ja Spektakul. Ja, eigentlich, wenn du das halt nochmal spielen möchtest, dann bleibst du einfach drin und wartest, bis die nächste Runde beginnt. Und ansonsten kann ich einfach raus. Wenn wir was anderes ausprobieren wollen, ja, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das so nutze ich fand, dann geht man einfach raus. Mit dem Schleimbubbel. Ja, ja, habe ich herausgefunden. Da ist ein Skelett. Okay, aber der Masterfaker hat recht, man schießt mit Eiern. Ja, aber mit Schaufeln. Ja, das stimmt. Aber mit Schaufeln, da hast du recht. Ja. Aber es war nicht so genau das, was ich mir quasi erwartet hätte. Nee, ich auch nicht. Na dann, könnte ich mir noch vorstellen, dass wir vielleicht Cowboys und Indianer nehmen? So, Cowboys und Indianer. Capture the Flag. Cowboys und Indianer ist ein Kinderspiel. Oh. Mit den Aspekten von Capture the Flag. Also, wenn du startest, dann bist du in einem Team und zwar bist du entweder Cowboy oder du bist Indianer. Ach, und je nachdem, wer dann als erstes dem anderen die Flagge geklaut hat. Jedes Team hat dann einen Anführer. Und du musst halt den Anführer des gegnerischen Teams fangen und ihn zum Spawn bringen. Wir spielen Cowboy und Indianer. Hi. Ach nee, jetzt bist du gleich du. Komm, hol das, lass so raus. Ich bin ein Cowboy und Indianer. Ach, das ist schon fast, also, naja. Ja. Ich sag jetzt nichts. Für mich ist es schon fast peinlich, überhaupt den Text zu kennen. Ich kenne ihn auch nicht ganz. Ja, bei mir haut es da auch auf. Aber guck mal, hier ist eine. Hallo, möchte wer was trinken? Midnight Breeze hat da lustige Haare. Ich fühle mich so klein, wenn ich hier so stehe. Hallo. Hallo. Du bist auch so, du bist da drin. Möchtest du? Wolltet ihr was trinken? Nein, ihr seid zu klein, um was zu trinken. Das tut mir leid. Aber man muss eine gewisse Größe erreicht haben, sonst gibt's nix. Das ist das Ausschussverfahren, bist du schon 18. Das ist eigentlich voll diskriminierend, ne? Ja. Kleinwüchsige bekommen hier nix zu trinken. Egal. Okay. Gleich geht's los. Also, wir werden vielleicht ins gleiche Team kommen, vielleicht aber auch nicht. Und das gegnerische Team muss einfach, ja, irgendwie... Ich klaue euch allen die Flagge. Könnt ihr übrigens auch euer Team auswählen, gell? Echt? Bitte? Könnt ihr auch das Team auswählen, ob ihr Indianer oder Kompass seid. Mit dem Stern, also dem mittleren Ding. Oder Blumen oder was? Was sollen wir sein? Wo seid ihr? Ich würde sagen, wir sind Indianer. Also, ich hüpfe in einem Saloon rum. Ah, okay. Kein Indianer. Hier, hi. Hallo. Willst du Select Team? Ja. Äh, wie? Den Kompass. Du nimmst die Blumen in die Hand oder das, was bei euch in der Mitte ist? Also, ich weiß nicht, was das ist. Hoy Boy Team oder Random Team. Und dann musst du die frühe Wolle auswählen. Ich hab jetzt Indianer ausgewählt. Ja, ich auch. Gut, dann wählen wir das halt immer aus. Kostet das was? Ach, das kostet was. Kostet einen Credit, ein Team zu wählen. Oh, haben wir keinen Credit, oder? Ja, dann wirst du wahrscheinlich doch bei Random bleiben. Hä? Na dann. Was geht auf jeden Fall los jetzt? So. Äh, ich weiß nicht, welches Team ich bin. Was da Faker ist mit mir im Team? Keine Ahnung. Wir sind Cowboys. Wenn ihr einen gelben Namen habt, dann seid ihr Indianer. Ja, ich bin ein gelber Name. Du bist ein Indianer. Ich bin auch ein Indianer. Ja, cool. Also wir haben Holzschwerter und Bögen und wir müssen den gegnerischen Teamleader fangen. Wer auch immer das ist. Musst du hier so, so... Fangen oder kaputt machen? Fangen und den zum Spawnbereich zurückbringen. Ich bin irgendwie hier voll... Das Problem ist, ich weiß überhaupt nicht, wer der Teamleader ist. Ne, ich auch nicht. Ich glaube, ich bin gerade hinter every LP hinterher. Warte mal kurz. Das ist sehr gut. Woran sieht man das denn, wer der Teamleader ist? Oh, hi. Oh. Ich beschütze dich, während du guckst. Ich habe das Waffe in der Hand. Woran sieht man das denn? Keine Ahnung. The leader of the Cowboys has been caught. Oh Mist, wer ist denn der? Ah, hier rennt einer rum. Oder hätten sie den Indianer? E4 Smile 7 1. Aber ich weiß nicht, warum man das sieht. Äh, an dem C davor vielleicht? Oh. Oh, du warst das. Was? Veggie hat mich gehauen. Und ich habe dich getötet. Ja. Ja. Oh. Es tut mir leid, das. Ey. Spawncamper. Ich habe keine Falle mehr. Spawncamper. Ich habe sie, ich habe sie. Ich nehme deine Pfeile. Ich nehme deine Pfeile. Aber ich kann die nicht aufnehmen. Ne, man kann sie nicht aufnehmen. Wie doof. Leider weiß ich immer noch nicht, wer hier der... Bin ich ein Chef? Nein. Also, ich bin ein Teamchef, wurde doch schon gefangen. Also muss das jemand anders sein, nicht ich. Oh, ich weiß nicht, woran man das sieht. Da hinten steht einer. Wir kriegen ihn, wir kriegen ihn, komm schon. Hä, woran sieht man das schon? Sehr gut. Oh, ich werde angegriffen von hinten. Aber wo? Wir machen die Indianer fertig. Woran sieht man denn jetzt? Also, Maximinix ist, glaube ich... Ja, zu viel auf mich einhauen ist auch ein bisschen viel. Ja, aber wir haben nicht mehr so viele Gegner hier. Puff. Ey. Ich fürchte, wir haben die armen Indianer total dezimiert. Also, zwei Cowboys steht... Hä? Ich verstehe es nicht. Ein Indianer, zwei Cowboys. Was ist denn das hier? Ein Indianer, zwei Cowboys? Mhm. Ja, die Anzeige ist irgendwie komisch. Ja, ich verstehe... Ich glaube, das sind die Punkte. Ich bin bei Eva. Ich bin bei Eva. Ey. Aber wenigstens konnte ich einen mitnehmen. Cool, die haben hier auch so Sicherheitskameras und so. Also, ich muss sagen, das Setting ist ja nicht gerade... Das Setting ist ja nicht gerade sehr Cowboy-mäßig, ne? Nee, überhaupt nicht. Ey. Das war ganz knapp, oder? Äh, nein. Da oben läuft noch jemand. Nein. Oh, das ist mies. Nein. Ja, dabei hatte ich noch zwei Herzen. So was mieses. Ey. Das ist ja geil. Der andere hat mich dann fertig gemacht. Ach, bist du gerade wieder gespawnt, Eva? Ja. Dann warstest du dich im Spawn abgeschossen. Spawn-Tamper. Oh, tut mir leid. Spawn-Tamper. Ich bin in deren Spawn reingelaufen. Ich wusste nur nicht, dass das deren Spawn ist. Man hat nur fünf Pfeile, wow. Ja, das ist echt wenig, ne? Ach, nee. Habe ich da einen Ratchet gerade runtergeschossen? Ja. Ja. Ich frage mich immer noch, wer unser Leader ist. Ja, ich frage mich auch immer noch, wer das ist. Ich sehe es nicht. Oh. Ich habe Swipe auch gekriegt. Kill jemanden im Bogen. Äh, wo, wo? Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin Cowboy. Ja, ich auch. Ich bin auch Cowboy. Das ist wirklich eine Cowboy-Map. Hallo. Ich bin Indianer. Ich auch. Hallo Master. Aber wieso brenne ich? Äh, ich bin Indianer, meinte ich. Oh. Ihr seid alle Indianer? Ja. Oh nein. Wir können die ever jagen. Das sind die. Oho. Da unten kommt schon ein Unsichtbarer. Hilfe. Ja, warum sind die unsichtbar? Ich glaube, du bist unser Käpt'n, Verena, oder? Ich bin der Käpt'n. Ich bin geklaut. Woran sieht man das? Hilfe. Ich werde einfach mitgezogen. Woran sieht man das? Das ist ja gut aufgehoben. Also, das sah man auf sich jetzt gesehen, aber. Ach, ich kann. Nein, ich muss rennen. Du willst so hin? Ich kann nicht. Die haben mich in ein Bergwerk gezogen. Ich kann mich nicht wehren. Die wird weggetragen. Wurde dir das am Anfang... Jetzt haben sie mich unter einer Bahn durchgezogen und jetzt... Wurde dir das am Anfang angezeigt, dass du... Ich will nicht. Oh, danke. Oh, hi, hi, hallo, hallo. Doch nicht, Mist. Oh, ist an sich gecapt. Au. Woran... Woran... Wurde dir das am Anfang angezeigt, dass du... Ähm... Lieder bist? Lieder schießen mich? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, woran man die erkennt. Die haben eine goldene Rüstung, die... Ja. Okay. Nein, ich bin diesmal nicht der Boss. Okay. Ach so, deswegen. Ich hab halt grad die goldene Rüstung gesehen und dann so... Scheiße! Ah, hinter dir! Ich glaub, ich bin nicht mehr der Boss. Nee, ich glaub, wenn du immer Boss warst, dann wechselt das. Ich war ein schlechter Boss. Deswegen bin ich kein Boss mehr. Ah, da hinten. Ich bin hier voll schlecht, hab ich das Gefühl. Ich versteck mich mehr, als dass ich irgendwie was bringe. Boah, der Typ, ehrlich, ist mir auf die Nüsse gegangen. Aber ich bin auch nicht so aufgestorben wie letztes Mal. Hm. Hm. Ich hab keine Pfeile mehr. Hm. Ich bin ein Zug. Tutu! Hahaha. Wie stand das? Tutu, 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 tutu. Tutu, 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 tutu. Kann man denn mehr springen, wenn man nicht gerade am rummoten oder cheaten ist? Nee, man kann nur einen Block springen. Ja. Aber bei Creativerse können wir zwei Blöcke sprengen. Iiii, Spawn Camper! Spawn Camper! Was machst du denn? Der schmeißt mich hier runter! Punktgestand Null. Hier hieß gerade jemand Ever EP und die ist ziemlich tief gefallen und dann hab ich nochmal mit dem Schwert drauf gehauen. Ach, das war... Danke! Hihi, der ist in ein Spinnennetz gelandet. Wie sagt das? Wieso ist der in einem Spinnennetz gelandet, der Typ, als der runtergefallen ist? Weil er Endcamper war. Oh ja, sehr viel Gold! Ich würd das gern alles mitnehmen. Oh, ich hab das gefunden! Ja? Speed Dust und irgendeinen anderen Dust noch. Invisible Dust. Cool! Ich baue dich! Gucken wer da ist, da ist noch ein roter, oder? Komm, den machen wir jetzt fertig, zu zweit. Das ist der Käpt'n von denen. Wer klaut die? Oh, das war ich. Oh, das ist dumm. Nein, klaut die nicht! Klaut die nicht! Klaut die nicht! Eingekoppt! Och, Roger, warum entnetzt du dich die ganze Zeit selber ein? Ich hab das nicht gemacht! Oh, alle blau! Ja, ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab zwar nicht dazu beigetragen, aber ich hab gewonnen! Kann ich nicht mal hauen! Wollen wir nicht doch lieber Hunger Games spielen? Können wir machen, aber da bin ich auch schlecht! Was auch immer das ist! Hallo! Ja! Unglaublich! Da ist er schon! Hi! Unser Master-Roboter! Ach, guck mal, hier ist das nicht Zelda? Ja! Nein, Link! Wohl ist es mehr... Aber als Frau, oder? War doch ein Mädchen! Das sah sehr aus wie ein Bein wie ein Link. Die Linkische! Da hinten läuft Bob der Baumeister! Ist da was drin? Bob der Baumeister? Guck mal, hier! Ich hab Bob der Baumeister gefunden! Hier ist ein Bär! Oder so! Oh, ja! Bob! Bob heißt aber Fanny! Trotzdem ist das Bob! Ich hab Bob nicht gefunden! Wo ist Bob? Ah, hier! Bob! Hallo, Bob! Wo ist Bob? Hallo, Bob! Lass uns Bob anfassen! Wir stellen uns alle um Bob rum und fassen ihn! Aber wo ist er denn? counten! Lass uns Bob anfassen! Mush無ns verbauen! Heb Bob berührend! Mush har god! Mush無ns verbauen! Mush hàng! I think you are! OFFDRAGUN! 모습 chase the Huig В fall! Blows the Hell! Was ist hier los?! Wo ist er denn? Ich will Bob auch berühren! Neben dem Spawn! Ich hab Bob gefunden! Da, wo wir gespawnt sind, pass auf, gleich kommt der nächste, der Bob. Der heißt, du brennst! Er will auch Bob berühren Ah, da seid ihr Wir berühren Bob Am besten sieht man eben immer noch mit den Händen Ja, mit den Händen Wir müssen Bob berühren Oh nein, Bob Bob, lass dich einfach Der irritiert sich gerade Im Chat, er schreibt ja Hä, was machen die mit mir? Ever happy, want to team up, was? Was will ich? Wir wollen Bob berühren Warum kann ich keine Nachrichten so schicken? Ich glaube, ich habe zwei gewotet Diese Isla, da kommt der Hammer Ich glaube, ich stelle meinen Chat mal wieder an Wenn er wüsste, dass er im Fernsehen ist Stimmt Bob Hallo Bob Bob anfassen auf YouTube Aber wer möchte das nicht? Meine Folge wird heißen, lasst uns Bob anfassen Ja Warm-up startet You will be T-t-t-t-t-t-t Ah ja Diesmal bitte nicht sofort in die nächste Schlucht fallen Wie war das denn, wenn man es denn runterhüpft? Explodiert das? Ja, sollen wir es mal ausprobieren? Geht dir leider nicht Kannst du nur gegen eine unsichtbare Wand laufen Oh Stimmt Das ist langweilig Ja, aber in den Ever-Ever Games Wir können aber In den Hunger Games Dann würde es explodieren Ja, in den Ever Games Da hinten ist Bob Da hinten steht Bob Wo ist Bob? Ich will ihn auch sehen Da ist Bob Ah, da, ich sehe ihn, ich sehe ihn Hallo Bob Einmal winken Marsch der Faker sollte den noch besser sehen Oh, guck mal, du stehst neben mir Ich auch Ich bin gewöhnt Hi Wo steht der nicht? Okay, es geht los, es geht los, es geht los Wo steht er? Oh Gott, ich will weg Ah, da Andere Seite steht Eins, zwei Lauf Bitte haut mich nicht Gieß mein Nürn wo runterfallen Ich will eine Kiste, ich will eine Kiste Ich kann nicht schnell rennen Ich bin so blöd zum schnell rennen Äh, Schleuchung Kiste, 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 Kiste Wo ist eine Kiste? Also ich habe das vor diesem Abend noch nie gemacht Wollte ich nur mal kurz sagen, ja Wieso habe ich eine? Hat er schon eine Waffe? Oh, du bist jetzt schon tot Oh, alter ist schon tot Warum stimmt? Aber ich habe keine Kiste gefunden Nee, ich auch nicht Ich laufe einfach erstmal um mein Leben Ja, ich auch Ihr könnt uns backtaten Ja, ich werde euch jetzt backtaten Oh, nächster Tribut tot Ich habe ein Holzschwert Uiuiui Ah, Master ist bewaffnet weg hier Wow, eine Kiste, eine Kiste Masterfaker, ich nehme Masterfaker Alter, da ist ja sogar ein Netz drumrum Masterfaker Ich habe eine Feder, ich habe eine Feder Ich habe eine Feder Immerhin eine Feder Toll Oh, da ist ein Kopf Ich hatte gar nichts Hier ist ein Kopf Oh, hier ist eine Straße Das und das zwei Oh, da hinten sind Kisten So, ich kann Wo ist er hin? Ich kann ihn nicht mehr backtaten Ich habe Pfeile und ich habe Gold Wow, er hat mittlerweile sogar Knieschoner Und jetzt, jetzt, jetzt Hast du noch Schuhe Sehr geil Aber nicht so gute Egal Ist in dem Bus Ups, ich darf nicht Spoilern Ich bin nicht in dem Bus Nein, er ist in dem kleinen Flugzeug Hast du die hier schon gesehen? Ach, du kannst mich ja gar nicht sehen Leider nein Was machen Schalter? Ein bisschen auf der Straße Es sind sogar zwei mitten auf der Straße Menschen oder Kisten? Kisten Okay, gut Wow Okay, ich sage jetzt nichts mehr Damit komme ich nicht klar Ist Lars denn noch am Leben? Ist sie da oben Kisten? Ah, da kommt Okay Ich laufe hier gerade und versuche, möglichst von der Straße runter zu bleiben Oh, man kann auch so sterben Wie mies ist das denn? Ich verliere die ganze Zeit an Ohren Doch, da bist du Komm mir nie mehr Dann hungerst du Ja, weiter geradeaus, weiter geradeaus noch Ich sehe sie, die Kisten Ja, ich weiß nicht, wie ich hier hoch Saftige Kiste Wo komme ich denn da? Jam, 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 jam Ich bin gerade ein bisschen Ich muss halt was zum Beißen finden Ach, man kann es auch Essen finden Wie mies ist das denn? Was macht man mit den Angeln? Das habe ich ja öfter schon mal bei Minecraft PvP gesehen Dass viele Leute eine Angel in der Hand haben Also entweder du kannst ihn damit boosten, wenn du im Team spielst Dass der halt schnell an die Gegner rankommt Oder du hältst die Gegner mit auf Abstand Beziehungsweise zerstörst er seine Rüstung Oh, okay Genau Hier haben wir den Crack Das Problem ist genau, ich komme ja nicht durch die Tür Ach, echt nicht? Bist du von der Tür aufgehalten? Ist ein bisschen traurig, ne? Ja, weil ich Ja, weil ich ja Alles gut, alles gut Er geht ins Damenklo Schlimm sowas Das ist meine weibliche Seite, die kommt heute mal wieder durch Aber hör mal, diese goldenen Diese Knieschoner, die stehen dir sehr gut Zu deinem komischen Dayout Vielen Dank Ich habe eine Kuh gefunden Ich würde es ja sagen Oh, Kuh Männer mit Knieschonern sind einfach sexy Ich kriege auch Hunger Kriege ich was ab von der Kuh? Okay, kann man nicht Oh, ich sehe Oh, ich sollte rennen Warum? Weil ich verfolgt werde Also, äh Ever PS fallen Also, wie kann ich denn jetzt mal spectaten? Ich bestreibe gerade PvE Wenn du denn Lars Ja, wie mache ich denn das? Einfach den Kompass anwählen Und dann einfach den Kopp, den Larsho auswählen Oh, hier war jemand Hi Warum war hier jemand? Sind die ganzen Kisten leer? Da liegen lauter Sachen auf dem Boden Ja Es war jemand Hallo, hier ist noch einer Hier ist noch eine Kim, komm zurück Aber ich glaube, die war leer Ich habe gerade in die Kisten reingeschaut Achso Oh, hier war ich vorhin Hier war ich vorhin Da oben sind Truhen Aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme Ist das überhaupt Truhen? Doch, es sind Truhen Es sind Truhen Da oben in der Mitte der Wo bist du hin? Ach, da bist du Nein, da oben in der Mitte der Brücke Da stehen Truhen Aber wie kommt man da hin? Warte Oh, hier steht ja noch eine Das weiß ich auch nicht Hier steht übrigens noch eine Ich wollte gerade sagen, hier wo ich stehe Aber hier in der Mitte der Straße Zwischen den beiden weißen Streifen Stehen auch eine Truhe Die habe ich vorhin übersehen Hör mal, Leute Ihr seid immer noch unterwegs Und die Sonne geht schon unter Erster Tag überlebt Ja Wow Das wäre übrigens auch so ein Spiel Was ich gerne mal spielen würde Seitdem Daisy so eine Standalone ist Die stehen gerade hinter dem LKW Und fressen sich gerade hier alles mögliche rein Hier liegen überall Kürbisse Die Welt ist voll geil Hier liegt auch eine gesamte Rüstung Oder das gesamte Inventar von irgendjemandem Ja, der ist wohl gerade auch getötet worden Bleibt, merken sie mich nicht, wenn ich hier stehe Aber die drei sind Die drei sind tatsächlich ein Team hier Oh doch, da hinten stehen sie Sie müssen ganz ruhig sein Und angeln sich gegenseitig Okay Die angeln sich ein Die angeln sich gegenseitig Oh je, ich habe so viel Angst Ja, bleib da ruhig mal stehen Dann sehen sie dich nicht Wenn du dich nicht bewegst Dann sehen sie auch deinen Namen nicht Den kannst du Wenn du dich duckst Dann sehen sie den Namen nicht Okay Dann den Namen nicht mehr durch Blöcke durchsehen Oh, okay Oh je Okay, ich rück dir die Daumen Ja, sie gehen alle drei Oh, die Fieslinge und jetzt Was machen die jetzt? Jetzt bringen sie sich gegenseitig Jetzt bringen sie sich erst einmal Okay Jetzt angeln sie sich erst einmal ein Machen sich die Rüstung erst einmal kaputt Okay